Diese Aktien jetzt kaufen im Februar 2022. In diesen Tagen geben mehr und mehr Unternehmen ihre Geschäftszahlen und Ergebnisse der letzten Monate bekannt. Einige leiden dabei unter den Bedingungen und Nachrichten rund um Inflation, Geldpolitik der Zentralbanken und Co. Doch es gibt auch Unternehmen, denen geht es besser als jemals zuvor. Wir haben also für dich recherchiert, bei welchen Aktien gerade richtig die Post abgeht in Sachen Wachstum und auch Geschäftszahlen und haben uns angeschaut, welche Prognosen für die betroffenen Aktien gestellt wurden. Also los geht's. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon und ich bin der Finanznerd. Und in diesem Video stelle ich dir Unternehmen und Aktien vor, die gerade ganz aktuell neue Rekorde, beeindruckende Wachstumsraten und spannende Zukunftsaussichten präsentiert haben und die durchaus ein potenzieller Kaufkandidat sein könnten. Und eine davon finde ich persönlich besonders spannend. Bevor wir aber starten, noch der kurze Dank an meinen persönlichen Lieblingsbroker für die Unterstützung dieses Videos hier, nämlich Scalable Capital. Dort findest du eine riesige Auswahl an ETFs und Aktien plus einige beliebte Kryptowährungen, welche allesamt bereits ab einem Euro handelbar sind und das im Sparplan sogar komplett gebührenfrei. Und das Depot ist sowohl am Smartphone als auch PC nutzbar. Ich persönlich führe dort mein privates Depot, überzeuge dich einfach selbst von den vielen Vorteilen über den Link unten in der Videobeschreibung bei Scalable Capital. Doch nun starten wir mit der ersten Aktie und die ist nicht nur in einem spannenden Geschäftsfeld tätig und hat einen großen Zukunftsmarkt vor sich, in dem irgendwann mal Geld verdient wird. Nein, dieses Unternehmen hat heute schon wirklich tolle Geschäftszahlen vermeldet und könnte diese in den nächsten Jahren nochmal deutlich ausbauen. Ich spreche vom Unternehmen Fairbio oder ausgesprochen Vereinigte Bioenergie AG. Der, nach eigenen Angaben, einzige Produzent und Anbieter, der aktuell alle marktfähigen Biokraftstoffe anbieten kann, wie beispielsweise Biodiesel, Bioethanol oder auch Biogas. Nun kann man von Biokraftstoffen halten, was man will, aber die Richtung in diesem Bereich ist wohl jedem klar in Zukunft. Die Politik hat bereits vor einiger Zeit Quoten vorgegeben, die auch die Wirtschaft bei der Einsparung von CO2 und Treibhausgasen erfüllen muss. Eine Lösung auf diesem Weg sind eben auch umweltfreundliche Kraftstoffalternativen, wovon Fairbio massiv profitieren konnte und in Zukunft wohl auch noch wird. Fairbio betreibt dabei die größte Biomethanolanlage in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 setzen sie mit ihrem Team aus mittlerweile fast 900 Mitarbeitern auf die Steigerung der Effizienz ihrer Produkte. So können sie beispielsweise heute schon Biomethan komplett aus Stroh herstellen und verwenden anschließend das eigentliche Abfallprodukt, die sogenannte Schlempe, wiederum als Rohstoff für neuen Dünger, der dann wieder zurück auf die landwirtschaftlichen Flächen in der Region gelangt, wo Getreide, Raps und eben neues Stroh entstehen kann. Durch diesen Kreislauf haben sie den Energieoutput aus einem Hektar Land im Vergleich zu den sonst existierenden Biokraftstoffherstellungsverfahren mehr als verdoppelt. Dieser und weitere Faktoren sorgen dafür, dass das CO2-Einsparpotenzial von Fairbio-Gas beispielsweise bei erstaunlichen 90% liegt. Fairbio-Diesel erreicht 70% und Fairbio-Ethanol 80% Einsparung. Die Produkte des Unternehmens haben also wenig mit dem Kraftstoff E10 zu tun, den wir so von den normalen Tankstellen kennen. Vielmehr werden die Produkte in Produktionsanlagen der Industrie und auch bei der Energieerzeugung verwendet. Also überall dort, wo eben große Mengen solcher Stoffe benötigt werden. Durch die deutliche Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben zur CO2-Einsparung im Verkehr von 6 auf 25% im Jahr 2030 rückt Biokraftstoff dazu außerdem noch mehr und mehr in den Fokus beim Güterverkehr. Fairbio selbst geht von einer Nachfragesteigerung für erneuerbare Kraftstoffe von 400% bis 2030 aus. Auch ermöglicht natürlich durch Milliarden an Förderungen Investitionen in den kommenden Jahren aus Politik und der Wirtschaft. Außerdem ist es seit dem 01.01. diesen Jahres nicht mehr erlaubt, im Rahmen der Treibhausgaseinsparungsquoten Erdgas positiv anrechnen zu lassen, wodurch natürlich Biokraftstoffe wiederum nochmal an Bedeutung gewinnen. Und das auch schon ganz akut nochmal im Jahr 2022. Mit ihrem Produkt Fairbiochem arbeiten sie außerdem bereits an Lösungen für die Chemieindustrie, welche ja besonders in Deutschland und Europa einen großen Energiebedarf hat und bislang richtig viel Schadstoffe in die Umwelt pustet. Wie erwähnt, gelingt es ihnen aber auch, bei all den schönen Zukunftsaussichten heute schon Umsätze zu erzielen und eben auch Gewinne, was für Konzerne aus dem Bereich der möglicherweise umweltverändernde Branchen absolut kein Standard ist. Doch Fairbio schafft das und zwar von Jahr zu Jahr seit 2018 im besonderen Maße. Die letzten Quartalsmeldungen kamen in der Regel mit neuen Rekorden und Prognoseanhebungen daher, welche dann auch anschließend wiederum erfüllt wurden. Äußerst interessant finde ich, dass es das Unternehmen schafft, ihre Gewinne auch nochmal deutlicher zu steigern als den reinen Bruttoumsatz und so immer rentabler zu werden. Konnten sie beispielsweise ihren Umsatz 2020 um 11,94% steigern, erhöhte sich ihr Betriebsergebnis um 27% und der Nettogewinn um auch fast 20%. 2021 war dies sogar noch deutlicher mit einer Umsatzsteigerung von 17,61% und einem gesteigerten Betriebsergebnis um fast 75% und einem Plus beim Nettogewinn von 47%. Die jetzigen Zahlen vom 10.02.2022 setzen diese Reihe unmittelbar fort. Um nun mal ein paar Werte zu nennen. Im ersten Geschäftshalbjahr 2022, welches bei Fairbio von Juli bis Dezember 2021 lief, wurde der Umsatz von 479 auf 809 Millionen Euro um rund 69% deutlich erhöht. Wobei der operativer Gewinn sogar auf 172 Millionen Euro fast verdreifacht wurde im selben Zeitraum und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zahlen, die sich also absolut sehen lassen. Daraufhin hob der Konzern auch gleich mal seine Prognose wieder für das neue Geschäftsjahr und für das EBITDA von 230 auf 300 Millionen Euro an. Fairbio möchte also diesen Schwung nutzen und investiert fleißig weiter. Unter anderem ist jetzt gerade 2022 ein Werk in Indien ans Netz gegangen, mit dem man die eigene Produktionskapazität für Bioethanol ausbaut und auch am nordamerikanischen Markt will man mitmischen mit dem Standort in Nevada. Bei all den genannten Faktoren darf man aber natürlich nicht vergessen, dass solche Zuwächse in aufstrebenden Märkten auch am Markt selber richtig hohe Erwartungen bei den Anlegern und Investoren schüren. Werden diese dann mal nicht erfüllt, so können bei solchen Aktien auch schnell mal die Kurse fallen. Nach dem Corona-Crash ging es in einer Rallye von 6 Euro je Aktie in anderthalb Jahren auf 75 Euro hoch. Getrieben von den hohen Erwartungen. Die wurden zwar fundamental nicht unbedingt enttäuscht, sondern eher bestätigt, aber im Rahmen eines ohnehin angespannten Marktumfeldes korrigierte die Aktie anschließend deutlich mit zwischenzeitlich minus 40 Prozent auf einen Kurs bei rund 45 Euro. Der Konzern verkündete kurzerhand strategisch gesehen einfach mal eine Prognoseanhebung Ende Januar, die auch seine Wirkung zeigte und den Kurs schnell wieder in Richtung 59 Euro steigen ließ. Was aber auch wiederum abverkauft wurde vom Markt und auch die Zahlen jetzt vom 10.02. konnten den Kurs nur kurz beflügeln. Zum Handelsstart ging es Richtung 60 Euro nach oben, doch in der Folge zog der Markt auch Fairbio runter und jetzt stehen wir rund bei 52 Euro. Ein sofortiger Einstieg sollte also gut überlegt sein. Grundsätzlich fand ich zunächst die Reaktion nach dem Fall in dem Bereich von 46 Euro richtig stark und die Unterstützung durch die ehemaligen Widerstände aus dem Sommer 2021 haben dort gehalten. Also Fairbio, ein sehr spannendes Unternehmen mit großem Potenzial, dann auch die Unterstützung aus der Politik und viele, viele Milliarden an Investitionen und bei hohen Inflationsraten ein Unternehmen, welches höhere Rohstoffpreise auch an seine Kunden weitergeben kann. Für mich ein ganz klarer Kandidat für die Watchlist aktuell und je nachdem, wie sich der Kurs nun verhalten wird, in der nächsten Zeit auch durchaus ein Kauf, denn das Potenzial ist meiner Meinung nach wirklich groß. Aber denk dran, das ist meine persönliche Meinung und keine Kaufempfehlung. Der Titel kann nach so einer eklatanten Rallye vorher auch noch durchaus weiter fallen und ein jetziges KGV von rund 40 ist definitiv nicht billig. Und die Handelsbewegungen sind einfach mal sehr volatil, wie du ja auch schon im Chart sehen konntest. Deutlich stabiler hingegen zeigt sich da doch die nächste Aktie in diesem Video und sie ist sogar einer der Gewinner des Tages heute am Donnerstag, nachdem sie ebenfalls Rekordgeschäftszahlen vermelden konnte. Es geht um die Aktie von Siemens. Und dort sprach Vorstandschef Roland Busch von einem beispiellosen Boom beim Auftragseingang und bewies dies mit einem Plus beim Auftragseingang von 42% auf stattliche 24,2 Milliarden Euro innerhalb des abgelaufenen Quartals. Und das war vom 1.10. bis 31.12.2021. Für die Zukunft ist das natürlich ein ordentliches Polster für bevorstehende Umsätze und dann eben auch Gewinne. Aber schon jetzt konnte der mittlerweile durch die Abspaltung der untersparten Energie und auch Healthy Nears erschlankte Konzern punkten. Der Gewinn stieg um 20% auf 1,8 Milliarden Euro im Quartal und der Umsatz um 9% auf 16,5 Milliarden. Was den Markt besonders freute und die Aktie gleich mal zwischenzeitlich um 6% klettern ließ, war die Tatsache, dass man mit diesen Ergebnissen auch die Prognosen schlagen konnte. Analysten waren im Vorfeld nur von einem Umsatz von 15,1 Milliarden ausgegangen und hatten einen operativen Gewinn von 2,3 Milliarden angepeilt, wo Siemens aber 2,5 Milliarden vermelden konnte. Und das alles, obwohl natürlich auch Siemens als globaler Technikkonzern von den Lieferkettenproblemen und Co. betroffen war und dies weiterhin als Herausforderung sieht. Allerdings betrachtet der Vorstandschef die bisherigen globalen Probleme auch als Chance, eben Boden gegenüber der Konkurrenz gut zu machen. Siemens hat das, wie man in den Zeilen sieht, anscheinend auch hinbekommen. Insgesamt versucht der Technikriese sein Geschäft immer fokussierter auszurichten. Die angesprochene Verschlankung und Ausgliederung von gewissen Teilbereichen, die nicht so gewinnträchtig waren, war in dem Fall auch bisher erfolgreich. So belasteten die Probleme bei Siemens Gamesa den Konzern nur indirekt und mittelfristig will man auch die 35%-Beteiligung an Siemens Energy reduzieren. Dazu kommt, dass man auch kurzfristig noch aus einem Elektromotoren-Gemeinschaftsunternehmen ausgestiegen ist und das Post- und Paketgeschäft wird für 1,15 Milliarden Euro verkauft. Allerdings sorgt dies auch für Unmut, denn beispielsweise die Beschäftigten der betroffenen Unternehmensteile fürchten natürlich Verkäufe und anschließende Personaleinsparungen und damit verbundene Kündigungen. Die Gesamtbetriebsrätin kritisierte auch schon den Umbau deshalb als rein margenorientierten Abbau und Umbau zulasten der Belegschaft. Es droht also intern noch einiges an Gegenwind für die Pläne. Außerdem wird die Frage, wie es denn mit Siemens Energy und der Beteiligung dort weitergeht, noch interessant sein für die Aktionäre und auch das Unternehmen, denn auch wenn das Kerngeschäft besser als jemals zuvor läuft, hat der Aktienkurs die PS bislang noch nicht wirklich auf die Straße bringen können. Aber das kann ja auch positiv sein für uns Anleger, die eben eventuell noch einsteigen wollen. Aktuell kann der Kurs die wahren Erfolge im Geschäft also noch nicht wirklich wiederbespiegeln bzw. er hat sich nicht so richtig entschieden. Vielleicht glaubt der Markt noch nicht wirklich an den Erfolg, ich weiß es nicht so richtig. Nach schwierigen Jahren vorher, wie du im Fünfjahreschart sehen kannst, gelang durchaus nach dem Crash im März 2020 ein massiver Anstieg von unter 60 Euro je Aktie auf zwischenzeitlich 160 Euro. Man konnte also auch dort Geld verdienen als Anleger. Im kurzfristigen Fünfmonatschart siehst du aber, dass es vom Höchststand Anfang Januar innerhalb eines Monats auf eine der wichtigsten Unterstützungsmarkten des Kurses für die Siemens Aktie bei rund 132,133 Euro runterging. Der Markt nutzte dies dann aber gleich für Nachkäufe und eigentlich hätte dies ein richtig guter Einstiegszeitpunkt sein können. Hätte man denn den Geschwung der Geschäftszahlen auch wirklich nutzen können? Diese sprang nämlich erstmal bei Verkündung der Geschäftszahlen in Richtung 150 Euro. Doch innerhalb eines Tages ging es leider bis zum Handelsstart am Freitag dann auf wieder unter 140 Euro runter. Sicherlich auch, weil der Gesamtmarkt an dem Tag einfach sehr schwach war und Siemens dann auch mit in den Keller gezogen wurde. Nach vorher ja wirklich guten Zuwächsen. Für mich also ein starkes Unternehmen mit Top-Zahlen und Aufträgen ohne Ende für die nächsten Monate. Kurzfristig halten sollten auf jeden Fall nach unten die Marke von 132 Euro, sonst droht ein Rückfall in dem Bereich um 125 Euro. Bei 120 wäre ich dann aber sehr wahrscheinlich dabei auf der Kaufliste, wenn die entsprechenden Signale einer Erholung auch einsetzen würden an der Stelle. Wer also keinen Vervielfacher fürs Depot unbedingt sucht, sondern eher etwas Solides, in diesen unkalkulierbaren Zeiten auch noch, der kann bei Siemens auf längere Sicht wirklich richtig sein. Potenzial ist absolut da. Die Bewertung mit einem KGV von rund 20 ist in Ordnung und obendrauf gibt es ja auch noch eine sehr, sehr solide Dividende von 2,76%. Klingt alles vielleicht nicht so spannend auf den ersten Blick wie Biotech, 3D-Druck und Rohstoffabbau im Weltall, aber muss es ja vielleicht auch gar nicht immer. Ein starkes Unternehmen bleibt Siemens allemal. Das waren unsere zwei Aktien, welche ganz aktuell wirklich mit Rekordwachstum und guten Geschäftszahlen glänzen konnten und die, auch wenn sie an sich ganz unterschiedlich sind und in anderen Ligen spielen, beide durchaus Kaufkandidaten sein können. Schreib uns doch mal deine Meinung zu den beiden in die Kommentare und vergiss auch nicht unser Finanznerd-Community-Depot, bei dem du mit einem Kommentar und dem Hashtag Finanznerd-Depot und einem Aktien- oder ETF-Wunsch teilnehmen kannst. Am Ende des Monats kaufe ich dann für 1.000 Euro für das Depot die drei am häufigsten genannten Titel. Und das Tolle ist, einmal im Monat verlosen wir auch noch unter allen Teilnehmern und Kommentaren die Monatsperformance des Depots. Und selbst wenn es mal schlecht läuft, gibt es mindestens 200 Euro. Du kannst also nur gewinnen, also nutze deine Chance gleich und kommentiere unter dem Video. Und damit du dann auch keines der zukünftigen Videos verpasst und vielleicht auch die Gewinnerverkündung, abonniere am besten unseren Kanal und lass dem Video auch noch einen Daumen nach oben da als kleine Unterstützung unserer Arbeit. Vielen Dank dafür und ich freue mich auf das nächste Video mit dir, dein Finanznerd Simon.